Hallo, ich bin Caro. Hey, ich bin Maja und wir spielen bei den ersten Damen des ATV Leipzig. Momentan spielen wir in der ersten Bundesliga. Und am Samstag haben wir ein ganz wichtiges Spiel gegen die Mädels von Mariendorfer HC. 14 Uhr, einschalten auf diesem Kanal. Untertitelung des ZDF, 2020